Hallo und herzlich willkommen wie Freunde zu einer wunderschönen neuen Stream-Ankündigung für morgen Samstag, den 4.8. Morgen früh will ich mal wieder mit euch ein Frühstück-Stream machen und wie gesagt, ich wollte das ja nochmal hier ein bisschen vorzeitig ankündigen, dass auch alle das mitkriegen. Es geht los vermutlich um 10, das heißt also wir fangen da an die verschiedenen neuen Karten nochmal ein bisschen genauer anzugucken. Ich werde dann ein paar Worte dazu verlieren, weil ihr habt ja extra danach gefragt von wegen, hey wie sieht's aus, Scroll, willst du da nochmal ein bisschen was dazu machen? Und habt dann ja die Abstimmung und alles mögliche gemacht. Wie gesagt, Start ist um 10 und ja, ich gehe dann halt einfach die Karten durch, sage so ein bisschen meine Meinung dazu. Wenn wir das relativ zügig dann durchkriegen, also ich werde wahrscheinlich bis um 12 streamen dann, wenn wir das dann relativ zügig durchkriegen und es noch ein bisschen Zeit übrig ist, werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen Duelle machen, wenn ihr da Bock drauf habt und ansonsten sprechen wir halt die neuen Karten durch und ich möchte natürlich auch sehr, sehr gerne eure Meinung erfahren. Und außerdem wollen wir zusammen mal wieder ein bisschen gut frühstücken, das heißt also ich werde mir hier ein bisschen Kaffee machen oder sowas. Ich weiß noch gar nicht, was ich morgen früh frühstücken werde, vielleicht mache ich mir noch ein Boot oder sowas. Macht euch also auch was zu essen, dass ich hier nicht alleine vor mich hin knuspen muss, sondern dass ihr da mit knuspen könnt. So liebe Leute, ich bedanke mich hier jetzt recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr seid morgen früh mit dabei. Wie gesagt, Start um 10 Uhr, geht wahrscheinlich bis um 12 Uhr der Stream. Wir gucken uns die neuen Karten an. Ich will eure Meinung erfahren, haut rein. Bis morgen dann. Tschüss.